Oh. Boah, was da? Nein Kojo, ich habe nur ein zentierliches Ding bekommen. Ich habe ihn nicht schon geschafft. Ist er sicher? Weiß nicht, haben wir den Chiefman gekriegt? Ach, ich fand das. Nein, irgendwie nicht. Okay, gibt es einen Fahrstuhl oder so? Wie seid ihr denn? Also hier war so ein Ding, das ist aufgegangen. Und da sind wir jetzt. Ich bin auf dem Weg zum Endboss aller Bosse. Ich komme. Wo ist denn das Ding aufgegangen? Da, wo wir herkamen. Aber noch in dem Bosse vor. Oder ich hole dich. Ja, das höre ich. Oh, hab's gefunden. Und wieder noch eine Treppe höher. Oh Gott. Ich war fast am Wasser, was ich gesuchte zu trinken. Erstickt. Boah, jetzt kommen wir zum allerletzten. Boah. Warum ist der Mann hier tot? Ist er gar nicht. Hm. Die Minimaps sind irgendwie verkrappt worden. Weil da ist immer nur die oberste Kuppel zu sehen. Ja. Wer weiß. Dann bestimmt einfach nur so ein komisches Programm für, was das so in die Minimap übersetzt. Ja. Das macht immer so eine Kacke. Aber ein Wunder. Das sonst geklappt hat. Ja. Ja. Oh, wow. Na, mal sehen, was das für ein Bosse ist. Oh, oh, da kommt jemand. Und Kirscher, ist er freundlich? Oh, du schützt. Oh, du schützt. Das ist ja im Bösch. So zwei mal. Oh, jetzt noch mehr schützt. Oh, was ist das? Das ist ja im Bösch. Im Bösch? Im Bösch. Busch. 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 Ein Busch. Arme Busch. Arme Busch. Arme Spiebel. Oh oh, das ist ein Busch-Piebel. Ähm, ähm, vier. Hallo Mr. Busch. Ich möchte, dass sie mich ... ... Ich möchte, dass sie mich als ihren Vater akzeptieren. Hahaha. Tun Sie es. Ach, scheiße. Mr. Busch. Hey, 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 hey. Mr. Busch. So, ja man, nicht. Aber das witzig. Hm, ja. Wo ist bloß der richtige Boss? Ben, das kleine Ding. Aufseher. Nee, doch nicht. Ja, ist ja okay. Aber er ist ein Aufseher. Der, 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 der macht da drin schon was. Ich glaube, das ist einer von den letzten Überlebenden, die hier eigentlich das untersucht haben. Der Boss ist nämlich das Schiff. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ich habe so keine Lust auf, auf ... ... Lich King Innie, Scooby. ... 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 Bist du da lust drauf? Du kennst die Antwort, oder? Sag doch, er ist ein Arsch! Du pointest dich weg, Scooby! Blah, 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 blah! Apple? Hey! Hey Apple! Was für ein Schwindler? Du bist schockiert! Die WoW hat nie gelogen. Außer einmal, als sie gesagt hat, password incorrect. Die WoW hat nie gelogen. Wie noch einer? Boah, hier, hier, oh! Okay, gleich komm ne Kato von Unfassbauer macht, Matthias gefasst. Ha! Ähm... YouTube! We are Alliance! Alliance! Do you speak Alliance? Screenshot, please! Will ja was! Haha! Oh! Jetzt geht's ab! Mehr als Machsbelein! Jetzt, jetzt, jetzt geht's los! Anarchie, Chaos! Ha! Hat er um einen Namen geraten? Wie Ja. Das Haus fängt an... Ob wenn man heute ist, der, äh, böse ist? Ich komm bei denen auch an, oder was? Hmhm. großmächtiger nur weil er ihn so nennt ist holy shit crap hey crap oh tschüss die kann ich nicht töten oder was Hey, von wem ist denn der schwarze Drachenschwamm? Wurde mir so gesagt, aber ich glaube, das sind ja sehr so Fukushima-People. Jetzt sind es zwei Fukushima-People. Sieht mal cool aus. Ich glaube, wir haben sie mit einem optischen Fukushima-Stoss. Mit einem optischen Lungen. Ich habe einfach keine Wut. Sie kontrollieren deinen Willen. Das stimmt. Das stimmt nicht. Muskel übertöten. Das ist ein geiles Vieh. Das sind die allerletzten Gegner in der WoW. Diese Viecher. Wäre voll witzig. Wenn die sagen, sie sind noch stärker als die Legion. Das wäre so, wie es mir Eltern kommt. Da, wo die Azeroth angreifen. Oh, wäre es cool. Wenn es einfach so viele davon gibt. Einfach so. Ja. Super geil. Kleine, große, dicke, dünne, schwere, reichte. Wäre schon gut. Na, wie cool es ist, ja. Einfach so. Ein richtiges Invasions-Feeling. Ja. So ein übermächtiger Gegner. Weil im Universum, da weiß ich echt nicht, wie viel es davon gibt. Aber von was kommen die wohl? Krasser Shit, ja. Als wenn allein schon die Trainer hier nur einen fangen konnten. Mann, Mann, Mann. Voll episch, ey. Meinst du, das war eigentlich so ein normaler Soldat bei seiner Rasse? Ich glaube, ein ganz kleiner Fisch. Das wäre cool. Das ist cool, ey. Weißt du, die wäre erst mal so echt, da könnte echt alles drin sein. Ich muss mal Pipi machen. Ja, mach mal Pipi. Danke. Mach auch. Danke. Okay. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020